Es läuft nicht bei der Bundeswehr. Trotz aller Bemühungen, auch im zweiten Jahr der Zeitenwende ließen Verbesserungen bei Personal, Material und Infrastruktur auf sich warten. So fasste es die Wehrbeauftragte Högl bei der Vorstellung des Jahresberichts am Vormittag zusammen. Die Truppe, so Högl, sei an der Belastungsgrenze. Weitere Investitionen in Milliardenhöhe seien nötig, um die vielen neuen Aufgaben erfüllen zu können. Christoph Messmacher in Berlin. Der Wehrbericht, der ist raus. Es ist eine lange Mängelliste. Viele Probleme darin sind ja nicht unbedingt neu. Was ist denn nun neu? Wenn ich es mal versuche, den auch von Eva Högl, der Wehrbeauftragten, durchaus genutzten Teil, positiven Blick ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, dann sagte sie, da, wo die Materialbeschaffung klappt, da, wo es schneller geworden ist, z.B. bei der persönlichen Ausrüstung, Helme, Schuhe, Schutzwesten. Da treffe sie zunehmend auf leuchtende Augen. Aber es leuchtet noch ein wenig bei der Bundeswehr. Es müsse schneller gehen. Wenn man das als Zwischenzeugnis für Boris Pistorius, den Verteidigungsminister, versteht, dann habe ich, Eva Högl, und diesen Wehrbericht so verstanden, dass sie gesagt hat, es ist an einigen Stellen aber wenigen gut. Ansonsten muss man sich mehr bemühen. Das ist jetzt nicht gerade eins rauf mit Mappe für Boris Pistorius. Aber die Schwierigkeiten, in denen auch er sich bewegt, die hat auch Eva Högl nicht verschwiegen. Was neu war, und da merkte man der Wehrbeauftragten an, dass es ihr sehr wichtig ist, das zu thematisieren, die Zahl der sexuellen Übergriffe, der Verdacht auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bei der Bundeswehr, ist ein weiteres Mal gestiegen. 385 Verdachtsfälle hat sie aufgenommen. Und da sagte sie bei einer bestätigten Zahl dann von 45, die man jetzt schon weiß, jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Nun fordert die Wehrbeauftragte Investitionen. Wir alle haben da das Sondervermögen von 100 Mrd. Euro im Hinterkopf. Reicht das denn nicht aus? Also wenn man Eva Högl zugehört hat, dann war zwischen den Zeilen deutlich, dass sie glaubt, dass es nicht ausreicht. Allein für die Investitionen in die Infrastruktur, wir reden hier also von Gebäude und all dem, was die Bundeswehr sozusagen bewohnt und dort nutzt, sieht sie 50 Mrd. an Investitionsbedarf, 50 Mrd. Euro, um den verschimmelten Duschen, den maroden Kasernen und auch den fehlenden Waffenkammern entgegenwirken zu können. Und sie hat mit ein wenig Sympathie gesagt, dass sie die Debatte um eine stärkere Finanzierung der Bundeswehr mit Interesse verfolge. Und dazu gehören auch die unterschiedlichen Aspekte, beispielsweise ein weiteres Sondervermögen. Denn man muss ja auch das 2-Prozent-Ziel für die NATO erreichen. Und da ist es eng bei der Bundeswehr. Da war Eva Högl sehr deutlich. Aber all das ist ja nicht nur eine Geldfrage. Die Frage ist doch auch, was muss die Bundeswehr machen, damit sie attraktiver wird? Sie braucht mehr Personal. Die Truppe altert. Das ist ein weiteres Thema von Eva Högl in ihrem Wehrbericht gewesen. Sie muss attraktiver werden. Die Abbrecherquote, so die Wehrbeauftragte, also bei denen, die es bei der Bundeswehr probieren, sei immer noch zu hoch. Und vor allen Dingen sagte Eva Högl, die Bundeswehr müsse auch attraktiver für Frauen werden. Denn wir haben ja mittlerweile Soldaten und Soldatinnen. Und da geht es eben auch um Infrastruktur, die dahinter steht. Z.B. Kinderbetreuung, vernünftige, kasernennahe Wohngebäude und dergleichen mehr. Diese Geschichte ist Eva Högl wichtig, weil die Bundeswehr wachsen muss. Und da richtete sich der Blick auch ein Stück weit auf die Wehrpflicht. Würde es denn der Bundeswehr helfen, wenn die Wehrpflicht oder auch Dienstpflicht wieder eingeführt würde? Die Wehrbeauftragte, diplomatisch, wie sie manchmal sein muss, sagte, sie begrüßt die Debatte. Sie findet es gut. Hat sich auch an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewandt, der ja mit einem sozialen Ja gerne punkten möchte. Und hat ein bisschen angedeutet, könne man ja verzahnen. Sie hat sich jetzt nicht konkret festgelegt, welches diskutierte Modell sie bevorzugt. Sie hat klar gesagt, die Wehrpflicht, die ich noch kenne, alle mal zur Musterung und dann wird aussortiert, die soll es nicht wieder geben. Die ist ja unter Verteidigungsminister Gutenberg ausgesetzt worden. Aber es sei sehr wichtig, dass noch in dieser Legislaturperiode so die Botschaft von Eva Högl, der Wehrbeauftragten, ein Konzept über die Wehrpflicht, die ja auch Boris Pistorius eigentlich haben will, vorliegt, damit man endlich diskutieren könne und man ein wenig aus der Ja-Nein-Falle rauskomme. Dankeschön nach Berlin. Christoph Messmacher. Gerne.